Die neue Krise! Die neue Krise! Die neue Krise! Schön weitergespielt! Und Tor! Für die Eispiraten! Wunderbarer Spielzug! Die Nummer neun! Bisschen hebrisch! Mit dem fünften Körper für die Eispiraten! Schöner Pass! Und Tor! Wunderbar ausgespielt! Von Hibbein-Hibbeich! Ja, man muss es überlegen... Das war schön reich! Ja, mit über zwei Metern und dann diese Stocktechnik! Musik 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 Schön durchgesetzt da... Pass in die Mitte! Und der Anschlusstreffer! Musik Das ging einfach! Musik Mehr Problemen als man vielleicht... Und da war es noch! Und da war es noch drin! Da ist es! Hilflich macht's! Ja! Na! Also... Und gehanden! 20 Möglichkeiten! Liedlein-Rein! Hatzen! Tor! Und jetzt die Scheibe im Tor! Für die Eispiraten! Und Tor! Und Tor! Und es ist erneut! Hilbrich mit dem Doppelpack! Weiter geht's! Und da ist die Scheibe im Tor! Und jetzt mit dem Head-Trick! Wieder Hilbrich! Nämlich Christian Hilbrich! Und Tor! Abgedeckt! Und das 1 zu 0! Müsste Christian Hilbrich gewesen sein! Ja! Der, der in Schleger noch dran war! Und Tor! Da ist er drin! Nächster Treffer wird er jetzt geraten! Der Sechse! Halbhoff geht mit drin! Schütz! Und Tor! In der Unterzahl! Super gemacht vom Lernen! Und Tor! Da ist es! Hilbrich! Ein genialer Spielzug! Der ist geraten! Solcher Treffer am heutigen Abend! Grüße Hilbrich! 1 0! 2! 2! 3!